Advent und Stress Grüß dich alle miteinander Heute hucken wir gleich einmal gemütlich beieinander Wie geht es dir in Enkel mit Wind Seid ihr auch schon wieder miteinander geredet Ja, freilich muss man sich ja schleiner Der Heilig oben schaut schon bald rein Und es geht ja überall so wahnsinnig zu Nimm, erst findet man mehr Ruhe Schokolade, Nikolaus, kriegt man schon lange kein mehr Die tun es jetzt schon beim Allmabtrieb im September her Zu aller Heiligen ist in die Geschäften Pflicht Dass die Christbäume werden schon gekriegt Am 31. Oktober ist es erst noch Halloween Es ist bei mehreren, so ein neuner Spring Ganz schön rügelig sind ein gestanden vor der Tür Die hat zuerst glaubt, die Unklebte kommen schon zu mir Süßes oder Saures sollte man ihnen bringen Und die hat mir auch Zitat nicht so etwas singen Aber wissen wir jetzt ja eh nach dem Kris Für was das Halloween eigentlich ist Für die Geschäftsleute sind die Füße, die wir sehen Das kommt der Wirtschaft sehr entgegen Aber sie ist es heute schon recht schade Weil man ja raus oder eh keine Ruhe mehr wird Heut lassen wir uns nicht stressen Heut kann man auf dem Wirrweh mal ganz vergessen Heut machen wir die Ohren auf und die Augen Und dann ein bisschen losen und schauen Ein bisschen rücken und ein bisschen ratschen Und nichts durch die Kaufhäuser ratschen Nicht morgen müssen wir gleich wieder weiter Wir haben noch nicht alle Geschenke beieinander Leider, leider Bestes rechts Beide und Ratschen Zusätzlich Was Vers fortress Vocês Vielen Dank.